Herzlich willkommen in der U-Academy. Mein Name ist Sabine Tofan und ich möchte Sie zu unserem Crashkurs-Webinar im Strafrecht einladen mit dem Titel Eigentums- und Vermögensdelikte. In diesem Crashkurs-Webinar werden wir uns auseinandersetzen, vormittags im ersten Teil mit den Eigentumsdelikten. Wir werden uns anschauen, den Diebstahl, § 242, den Raub, § 249, natürlich in Abgrenzung zur räuberischen Erpressung, § 253, § 55. Wir werden uns anschauen, die Qualifikationen, § 244 und vor allem § 250, aber auch den räuberischen Diebstahl. Das heißt, wir werden uns fokussieren auf die klausurrelevanten Themen, natürlich wie immer unter Einbeziehung der aktuellen Rechtsprechung. Im zweiten Teil, nach der Mittagspause, schauen wir uns dann die Vermögensdelikte an, vornehmlich den Betrug, § 263 und den Computerbetrug, § 263a, sowie auch hier alle aktuellen Entscheidungen, die zu diesem Thema ergangen sind. Wie immer in unseren Webinaren werden wir den Fokus auf die Anwendungsbezogenheit richten. Das heißt, wir werden uns nicht nur die Probleme anschauen, sondern wir werden uns auch anschauen, wo Sie in der Klausur diese Probleme auf welche Art und Weise ansprechen müssen. Die Crashkurs-Webinare dienen der Wiederholung zum einen, aber sie sind auch so eine Art Checkliste. Das heißt, Sie können im Laufe des Webinars überprüfen, was Sie schon gut beherrschen, und herausfinden, was Sie noch nicht können, entsprechende Fragen stellen im Webinar und das dann im Anschluss nachlernen. Das Webinar steht Ihnen spätestens am nächsten Tag zur Verfügung als Mitschnitt. Sie können also immer wieder in das Webinar hineingehen und vertieft sich die Themen anschauen, die Sie noch nicht beherrschen. Die Unterlagen des Webinars stellen wir Ihnen selbstverständlich ebenfalls zur Verfügung. Das Webinar findet immer statt an einem Freitag und startet um 9 Uhr. Und ich freue mich, wenn wir uns an einem dieser Freitage im Crashkurs-Webinar Strafrecht wiedersehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen für das Studium, das Referendariat viel Erfolg und alles Gute.